Heute bei Wolfs Revier Landesliga. So interessant und spannend wie noch nie aus meiner Sicht. Es ist die siebte Liga im deutschen Fußball inzwischen, aber trotzdem sind dort viele interessante Mannschaften mit vielen interessanten Spielern, die hochklassigen Fußballversprechen in beiden Abteilungen. In der ersten Abteilung spielen bekannte Größen wie Füchse Berlin, Türkeimspor, SSV oder auch der BFC Preußen als Beispiel genannt, die alle schon mal höherklassig dabei waren und viel erreicht haben. Den Platz an der Sonne hat inzwischen die Füchse Berlin eingenommen und werden dort natürlich sich duellieren müssen auf lange Sicht auf jeden Fall mit dem BFC Preußen, mit Trainer Zecke Neuendorf und einem guten Kader zusammen und ja auch Sternen Marienfelde, die sich so ein bisschen gelöst haben von dem alten Weg, den sie früher hatten, wo sie Spieler dabei hatten, die wirklich sich auf den letzten, auf die letzten Tage ihrer Karriere dort nochmal besonnen haben, Fußball zu spielen. Inzwischen spielen da viele Spieler, die wirklich höherklassig dabei waren. Hucke, Stoßno, Hase, sag ich mal, um einfach mal einen Namen zu nennen oder aber auch der ewig junge Fiedler, der da vorne seinen Weg macht. Ist also wirklich eine ganz spannende Konstellation in dieser Spielklasse. Dazu kommen dennoch Mannschaften wie SSV und Türkeim, die jetzt im unteren Tabellenbild sich im Moment wiederfinden. Beide damit zu kämpfen haben, dass sie Insolvenzanträge laufen haben, die hoffentlich bald abgeschlossen werden. Zu wünschen wäre es den Traditionsklub auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die teilweise natürlich sehr traurig stimmt, wenn man weiß, wo die Mannschaften irgendwann mal wirklich gespielt haben. Auf der Julius-Hirsch-Sportanlage trifft am Sonntag Tuzma Kabi auf dem BFC Preußen. Tuzma Kabi ist nicht ganz so gut in die Saison gestartet, mit Dennis Gutrieb als Trainer. Wir berichteten hier ja auch schon mal davon. Aber ich denke, dass das ein sehr interessantes Spiel werden wird. Ich sehe nicht, dass Preußen dort einen leichten Gegner vor sich hat. Tuzma Kabi ist keine Laufkundschaft. Sie haben sich so ein bisschen stabilisiert, kommen noch nicht so richtig voran. Da fehlen noch ein paar Dreier, die da kommen sollten. Aber ich traue denen durchaus am Sonntag wirklich eine Partie zu, wo Tuzma Kabi richtig geärgert werden kann. Also wer Zeit und Lust hat, am Sonntag, Julius-Hirsch-Sportanlage Tuzma Kabi gegen BFC Preußen. Mich persönlich freut auch ein Blick auf die Torschützenliste mit Marino Staffrakakis, der da vorne seine Tore macht und ja, aus meiner Sicht ein bisschen zu früh, als Lieder schon gefeiert wird. Aber auf jeden Fall eine tolle Saison bislang spielt. Und Marcel Matzak sind Spieler oben dabei, die ich schon mal trainieren durfte. Mich freut das. Trefft weiter so. Ich wünsche euch wirklich alles Gute auch für die nächsten Spiele. In der zweiten Abteilung haben am letzten Wochenende die ersten fünf der Tabelle, sagen wir mal, sich schwer getan. Und auch nur Johannisthal konnte gewinnen. Das macht so schon ein bisschen deutlich. Da ist auch mega spannend in dieser Liga und auch wieder Top-Mannschaft mit dabei. Der ehemalige Bundesliga ist blau-weiß an der Spitze im Moment. Und dahinter eben wirklich Top-Teams wie Johannisthal, wie Lübas, wie Kroatien, die wirklich richtig gute Jungs in ihren Reihen haben, die man einfach im Berliner Fußball natürlich kennen muss. Am Sonntag kommt es zum absoluten Spitzenspiel. Der 1. FC Lübas empfängt an der Schluchseestraße, SF Johannisthal. Und dabei treffen die vier besten Torjäger im direkten Duell aufeinander. Und da sollte man schon davon ausgehen, dass einige Tore fallen. Kike Busch und Eichhorn auf der einen Seite, Morlang und Bayer auf der anderen Seite garantieren sicher für ein Offensivspektakel. Und um 13.30 Uhr geht es dort los. Und es ist eine interessante Partie schon deshalb, weil im Grunde ein Stück weit Tradition und Geschichte bei Lübas auch weiter gelebt wird. Der Trainer am Seitenrand, Thomas Pios, ist einer, der schon auch von viel besseren Zeiten bei Lübas sprechen kann, aktiv damals dabei war und das intensiv begleitet hat. Und jetzt eben auch ein Teil der neuen Erfolgsgeschichte von Lübas ist. Also Sonntag 13.30 Uhr, Schluchseestraße. Auch das auch ein guter Hinweis von mir. Der Tabellenkeller ist eine ganz besondere Geschichte. In dieser Abteilung der SV Blau-Gelb hat schon Trainer gewechselt, was jetzt nicht kurzfristig zum Erfolg führte, was aber auch nicht immer sein muss. Da sprechen wir aus eigener Erfahrung. Ansonsten sind Mannschaften dort mit bei wie Aldersimsburg oder Brandenburg 03, die auch schon bessere Tage gesehen haben. Dort liegt wohl eher der Hase in der Undiszipliniertheit beider Teams, wenn man zumindest den Statistiken glauben darf, die man so verfolgen kann. Ich wünsche vor allem natürlich auch Brandenburg 03 mit Dieter Rieck an der Spitze, dass das am Ende klappt und man nicht noch weiter dann runter muss. Es ist ja wirklich ein Verein, der Tradition hat und auch schon in der Berlin-Liga sehr erfolgreich seine Runden gedreht hat. Ein Mannschaften natürlich auch von mir. Viel Erfolg, viel Glück und bis zum nächsten Mal bei Wolfs Revier.